meine damen und herren hier ist das neueste satter hugo video das rausgekommen ist let's go was läuft was läuft willkommen zum nächsten alter wie krank war das als er gegen die scheibe gelaufen ist wie krank war das video irgendwo rum der liegt da sind wir noch live wo ist der chat was los oder hallo droppet fra mal alter habe ich leck droppet fra mal alter bei mir droppet fra mal erinnert ihr euch an ihn solution das ist doch gta und was ist jetzt das problem wer ist das um was geht es habe ich nicht verstanden ich beantworte offen und ehrlich zu 100 prozent offen alle antworten entbandungsanträge mit mir ich beantworte alle antworten junge orange ist orange eigentlich kam das jetzt raus ist der bei kein konzept der dings der 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 ceo ist er das ist er das oder ist er es nicht ist auf jeden fall gebannt aber jetzt sagt nicht wieder dass ich schuld bin weil einen tag später dem sein kanal gebannt wird kann ich doch nicht für dich schau ich nicht mehr schau dich doch noch ich bin vom wartungsdienst und wollte nur mal deine mods testen hat geklappt die funktionieren top ich komme dann zur nächsten kontrolle ende september wieder alter solche entbandungsanträge will ich auch haben ich will auch dass leute sowas bei mir reinschreiben machen wir demnächst wieder oder road to vip we did it hallo ich bin der jens 35 jahre aufgewachsen in raschstadt wohnhaft in baden baden hobbys lesen panini sticker und reiten schmutzlobby raus und weg jetzt die aufnahme so lange durchgehalten schau mir mal was die mutter nicht so machen jungen du bist das letzte du bist nicht das allerletzte jetzt erzähl mir doch nicht komme auch mal wenn es micky so geht jeder hat zu hause werden zu hause auch gewürgt sag mal ganz ehrlich wer hat auch kotzen können wer kann wer hätte auch kotzen können bei so einer nummer jetzt mal ganz ehrlich wirklich ekeler ging ich glaube wir haben ein paar heiße spanierinnen als nachbarn das wird irgendwo irgendwo hochgeladen so ein bisschen nass geworden ist was was auf der linken schulter sieht aus wie ein fußel kannst ihn bitte weg machen und falls du jetzt gecheckt hast ob da was ist dann fahren wir nach Finnland gucken uns da in Oslo oder so ich habe gtl geguckt einige nächte bei wie heißt er vom vfb stuttgart sydney da habe ich echt lust gehabt dass ich das aber soll ich mal soll ich rollenspiel machen oder was außer mit der frau für euch auch ich will rein in dein spiel ne also da ist es ich habe schon gehört dass da dass man da hat dass man da aufgenommen ich habe gesagt da habe ich wirklich also ihr müsst mich da bewerben ich sage euch das ihr müsst mich da bewerben wer bewirbt mich man lebt da drinnen ne man lebt und lebt alles ne und macht hier und da und arbeit finden führerschein machen ich mache alles ich bin dabei ich schluss aber das kann ja achte aber ich komm ey wenn mich noch eine knüppel fünf teilnehmer jetzt rakete jetzt auf die rakete auf die auf kampf rakete 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 ja ich hab da was für dich und zwar würde ich dich zur beobachtung gerne noch eine nacht hier behalten das kann ich nicht sagen wie alt bist du auf dem dach ja wo wir gekifft haben oder nicht äh ja was haben wir hä mein internet ist gerade ganz schlecht ich höre dich ganz schlecht ich höre dich ganz schlecht ich höre dich ganz schlecht hallo also hier halbes kilo 20 euro die muss ja irgendwas die hat sich da versprochen oder irgendwas ne ja irgendwas hat sie da irgendwie ich hab keine ahnung die muss da was missverstanden haben viel neufzehn du der mann qualität hat ja kreis ich hab auch frauen und kinder Deutschland ist in den meisten teil deutschland einfach so dermaßen deutschland deutscher geht es doch gar nicht lassen sich jetzt auch echt da hinstellen und winken das waren Gegner die konnten nicht mal geradeaus hinfallen und weiterrollen mann ich bin doch nicht der Druck ich schwisch die Kehle äh geh mal nicht auf die Eier mann die haben doch keine Lernkorbe ne haben die auch nicht das sind so leute die bei Papaplatte Omegalul rein spammen und alles auf Hotkey haben Digga das erwartest du sorry Chat ich wollte euch nicht als Papaplatte Zuschauer beleidigen hier der Witz na Witz kann ich dir leider nicht bieten aber du kannst einfach deinen eigenen Stream aufmachen und da haste schon den Witz Kuss du meinst so ein ähnliches da wollen wir Marys auch blockieren der kriegt ne Antwort von mir ha 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 du bist auch so ein witziger ha 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 so zerstört vor Ort genommen, Leben genommen, Ehre genommen, alles genommen ja das ruft ein kurdischer Pirat kein Land in Sicht hab ich nicht verstanden dann haben wir hier nen Lamborghini äh äh Centario äh z- 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 doch der Mann. Du sitzt doch da in deiner Bude. Ich bin doch der, der rausgeht und der macht, der Dinge macht, der Dinge bewegt. Das bin ich, nicht du. Oh Gott, im Himmel, zeig mir deinen nackten Trill. Er ist so groß und rund. Daddy nimmt ihn in den Mund. Lach nicht so hässlich. Du, Lina, immerhin bin ich nur beim Lachen hässlich. Das ist einer dieser Twitch-Streamer, bei dem die Jugend hochschaut. Er spricht den Slang, du weißt schon, hat er recht, sagt Gerrich, hat er recht, ohne Witz. Das ist der, der für die 13-Jährigen, der, bei dem man raufschaut. Ihr habt's auch schon gehört. Omega Lul rein und sowas. Es ist wirklich so. Das ist der Twitch-Streamer für die Kinder, für die Jugendlichen. Das f***t mich ab. 90% Clips von mir. Wo ist meine Vergütung? Wo ist meine Vergütung? So die Wörter, die er immer sagt. Anson Lee, dieses Imagine, Alter. Actuali, Alter. Actuali, Jungs. Ton unscharf. Wieso? Was ist denn mit dem Ton? Hallo? Eins, zwei, drei. F*** die Robbe, Robbe. F*** die Robbe, Robbe. F*** die Robbe. F*** die Robbe, Robbe. F*** mich, Corona, in den anderen Monaten, in den Partner, die Robbe. Ich wollte ganz stolz sein. Mach deinen Tanz! Das war satt der Hugo, Alter. Ohne Scheiß, sag ehrlich, Chet. Alter, es war wieder ohne Witz, Alter. Es war wieder, Alter. Legendär, Alter. Wirklich. 95% meine Clips, ne? 95% meine Video, Alter. Geld her. BAM! Wirklich.